Ich lege mich für euch in Gänsekacke, die Wiese, da wo ich lieg, ist ein Gänseklo, gebe mein letztes Geld, nähere mich blutrünstigen, wilden Tieren, scheue keine arktischen Temperaturen, ich könnte das ganze Jahr Schnee haben, hab keine Angst vor wilden Schweinen, kämpfe mich durch den Dschungel, erklimme Gipfel, küsse fremde Wölfe, blamiere mich vor Heidi Klum, zeige euch einfache Yoga Lektionen, verscheuche böse Waldgeister, sehe aus wie eine Vogelscheuche, trage euch Gedichte vor, werde zum Igelretter, ein Baby-Igel, er ist winzig, kläre euch auf über ASMR, gebe euch Nähunterricht, wir steppeln jetzt, und erweitere meine schauspielerischen Fähigkeiten. Meine Lieben, bei mir ist heute Party-Stimmung, denn heute ist der Tag, wo ich die 100 Abonnentenzahl geknackt habe, und ich sage herzlichen Dank für eure Unterstützung, danke für jedes Like, für jeden Kommentar, den sie hinterlässt, er unterstützt weiterhin meinen Kanal und sagt mir auch, dass euch die Videos gefallen, und ich mache das wirklich mit großer Freude, mit viel Herzblut und mit viel Zeit, und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder, und bis dahin sage ich viert euch und bis zum nächsten Mal und wirklich herzlichen, herzlichen Dank dafür. Ich gehe jetzt feiern.